hallo liebe community family und zuschauer ich bin es wieder einmal kommen mit der 50 folge von 45 ja wir starten im startbildschirm wenn ihr euch an die letzte folge erinnert war mir ja in pate bunker nachdem wir sie ja besiegt haben und jetzt müssen wir die ganzen ventile zu drehen und da hatte ich ja ja 123 wie viele personen am boden dann war ich tot ich hoffe ich hoffe ich weiß noch wie alles geht wieder mal ein bisschen her ich komme zurzeit echt nicht zum aufnehmen ich muss das echt in zukunft anders ogen wie regeln ich hab da schon deswegen und ja wenn ihr das sieht wird es wahrscheinlich die insekten 23 sein weil ich gerade hier an 20 auf ja schön wo lang ja bin ich doch ja ich bin doch jawohl ich bei mich ich will nicht noch ein verlieren nicht noch mal wir werden ihn retten nein getroffen scharfschützen Ich heiße Scharfschützen und ich habe keine Heilmittel. Wie hat der mich jetzt erwischt? Das möchte ich jetzt echt gerne mal wissen. Kein Healpack, gar nichts. Ich bin eigentlich am Arsch. Aber sowas von am Arsch. Naja gut, DuckTower ist ja schlimmer. Bisschen Wasser. Ja, ja. Ah, Leop. Ich müsste die zwei eigentlich abschießen. Erstmal den. Kopfschuss. 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 Na komm, zeig dein hübsches Köpfchen für mich. Nur für mich. Alter. Dass ich da nicht in getroffen habe, wundert mich jetzt. Deine Seele verrägt mich immer wieder. Kopfschuss. Na, wo steckt der? Sind noch irgendwo vier Leute. Da waren es nur noch drei. Nein, kann ich nicht sehen. Der steckt hier. Da steckt einer. Steckt ein anderer. Geht oben. Wird's nicht hoffen. Acht rischt. Oh, Scheiße. Oh. Scheiße. Tschüss. chew се. không omdat witter. nie schuss nix da leider ist jetzt auf zeit gegangen ich glaube ich glaube ich wäre am arsch gewesen nein nein Nummer 2. Nummer 3. Da ist einer. Da war noch keiner. Komm schon. Nummer 3. Nummer 3. Nummer 4. Nummer 5. Nummer 4. Nummer 5. Das war's dann, Rookie. Tut mir leid, aber ich muss wenn ihr verschwinden. Wegen dem Blitz kann ich nicht mehr gerade gucken. Ja, ich hoffe, dass ich nicht jetzt das Ganze nochmal machen muss mit den ganzen Ventilen. Sonst krieg ich die Krise. Ohne Witz. Oh, mein Controller vibriert. Das war's dann, Rookie. Tut mir leid, aber ich muss wenn ihr verschwinden. Wegen dem Blitz kann ich nicht mehr gerade gucken. Dann legt es an dir, spreng die Bode in die Luft. Okay. Warnung, Überlastung der Zentralventile. Abgreifung sämtlicher Sicherheitsflöcher. Ich bin aber nicht ein Zufall. Ja, alle. Ja. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Was hat mich jetzt getötet? Sorry, wenn ich jetzt gerade leicht übersteuert habe, aber ohne Witz, was hat mich jetzt getötet? Das würde ich jetzt echt gerne mal wissen. Mach ich! Na los! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Stimmt, keine Gnade. Ok, hab ich jetzt alle erwischt. Schöne zu. Erreiche das Silo, ja. Wir müssen verdammt nochmal raus hier. Das klingt als würde ich alles in die Luft fliegen. Ja, wird das auch. Wir müssen nach Überlebenden und treffen dich da draußen. Viel Glück! Überladungsde... ... ... ... ... ... Ja, warte hier. ... 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 Na komm, hier hoff zu brennen. Okay, raus, 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 schneller, schneller, schneller. Und auf, da. Nee, da ist heiß. Okay. Mache ich nicht Flachkörper? Ah, befreit. Gott sei Dank. Das war auch gerade scheiße mäßig. Ohne Witz. Mmh, 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 mmh. Du siehst scheiße aus. Ja, so fühle ich mich auch. Brauchst du Hilfe, um reinzukommen? Gott, nein, das geht schon. Hätte nicht gedacht, dass du das schaffst. Du hast heute eine Menge Leute gerettet. Vergiss das nicht. Hey, kannst du mir helfen? Was ist los? Weißt du, es gab einen Moment, kurz bevor du ankamst. Ich verlor die Hoffnung, ich sah einfach keinen Ausweg. Aber du warst stark. Und viele gute Menschen sind gestorben. Aber wir alle hier, wir leben noch dank dir. Und ich bin verdammt stolz auf dich. Und jetzt geh und finde diesen gottverdammten Joseph Seed. Bring ihn vor Gericht oder unter die Erde. Das ist ein Befehl, Deputier. Das ist ein Befehl. Mein Ziegel hat geöffnet. Meine Faith. Meine Faith. Sie war nicht die Erste, die diesen Namen trug, aber sie war die hingebungsvollste. Als sie zu mir kam, war sie wie viele von euch. Gebrochen. Verloren. Ich habe an sie geglaubt. Und sie wurde engelsgleich. Perfekt. Und die Sünde haben sie uns weggenommen. Es ist der Glaube, der uns zusammenhält. Ohne sind wir verloren. Also verlieren wir nie den Glauben. Und jene, die uns Böses wollen. Werden leiden. Alles klar, damit hätten wir Faith hinter uns. Gottverdammt, du hast es geschafft. Faith ist erledigt. Der Handling River wurde befreit. Und da John ebenfalls tot ist, bleibt nur noch Jacob im Norden übrig. An die Arbeit. Jawohl. Wir gehen aber erstmal fett shoppen. Ja, ich gucke jetzt auch rein. Erstmal verkaufe ich mal eine Beute. Wann habe ich so viel? Die letzten... Mal gucken, wir mal. Alter, die ist ja echt nice. Ja, ich gucke jetzt. Ja, da war nur zwei Schuss. Na, die habe ich ja. Alles klar. Jakobsgewehr. Okay. Bei Jacobsgewehr. Das guckt ja auch ein sehr glücklich an. Ja, aber wir müssen jetzt schon mal die Folge wenden. Das war es schon mit dieser Folge. Ich bedanke mich immer für das Zusehen. Sag wie immer. Danke für das Zusehen. So gut, ciao. Bis zum nächsten Mal. Agi Manico ist raus. Kurz und schmerzlos, Leute. Links auf der Säule. Die letzte Folge des Projekts. Rechts auf der Säule. Ein anderes Projekt. Schaut da mal rein. Und was Eric in den Schnabel hat, ist mein Kanal. Lasst mir was da. Und Charlie kommt da auch schon angeflogen mit. Ein Kanal, den ich euch ganz herzlich will. Schaut da mal rein. In dem Sinne. Zock gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal.